Präviert und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Landwirtschaftsmalader 15 mit mir dem Agrafen LP. Ja, nachdem wir im letzten Part ein dickes fettes Minus gemacht haben, werden wir jetzt mal so ein bisschen Geld wieder reinschöffeln. Und dazu frage ich mich, wo zum Gott mein zweiter Anhänger ist. Okay, kleinen Moment. Wo zum Gott mein zweiter Anhänger ist. Ich hab nur einen! Nicht dein Ernst! Hab ich den anderen aus Versenken verkauft? Äh, okay. Gut, lassen wir mal so stehen, aber ich hab keinen Plan, wo mein anderer Anhänger ist. Hast du ihn verkauft, oder was? Ist nicht dein Ernst. Ich brauch meinen zweiten Anhänger und ich fahr hier schon wieder falsch. Gott, Mist, ey. Wo zur Hölle ist mein zweiter Anhänger geblieben? Hab ich den verkauft, oder so? Ähm. Ähm. Ja, ich denk mal drüber nach und dann werd ich mal vielleicht hoffen, oder vielleicht wissen, wann ich mein zweiten Anhänger zum zerfixen noch eins, wann hab ich meinen zweiten Anhänger verkauft. Ich hatte doch zwei Anhänger, da bin ich mir zu tausend Prozent sicher. Äh, okay. Ich hab keinen Plan. Okay. Gast dann. Wo kann man das verkaufen? Hm. 8,21 beim Dorfgetreidespeicher. Der ist nicht mal weit weg und wir kriegen sogar noch ein richtig dickes Boost dafür. Also, ab zum Dorfgetreidespeicher. Also was heißt Boost, wir kriegen sogar noch, äh, ja, Rabatt. Nee. Zuschlag, draufschlag, mehr Geld. Gut. Wir haben zwar nicht sehr viel davon, aber ich hoffe, dass es wenigstens ausreicht, um 20.000 reinzukriegen. Ähm, ja. Ja. Dann lassen wir so stehen. Ein Weltblechdach hab ich nach wie vor nicht, ich find das einfach nicht. Ich hab's zwar definitiv drin, aber ich weiß nicht warum das bei mir nicht angezeigt wird. Müssen wir mal gucken. Mal gucken. Äh, normalerweise geht's eigentlich jetzt auch so, aber so natürlich schön mit einem Blechdach. So, natürlich sind die Hühner wohl ganz anders. Mal gucken, ob ich mir da irgendwann mal ein Auto hole oder sowas. Dass wir dann auch mal ein Auto hinstellen können oder so irgendwas. Ha, ha. Das wär vielleicht ganz spannend, dass ich da ein Auto, mit dem Auto hochfahre, dass wir die Eier einsammeln oder so. Eier haben sie ja noch nicht produziert, die Hühner. So. Ich hab was mal ab und vor mal ein bisschen Geld rein. So, ich hab jetzt mal ein bisschen Z vorgespielt. So. Hier ist das Sägewerk. Nein, nicht da rein von, nicht da rein von, okay. Gut. Da war eine Brücke, ne? Ähm, ja. Da war 100% eine Brücke. Das kann ich so verantworten. Dass da eine Brücke war. Also ihr habt nicht, ich bin absolut über die Brücke gefahren. Ich bin nicht durch den Teich. Da war eine Brücke. Auch wenn sie unsichtbar war, da war eine Brücke. Das lassen wir jetzt mal so stehen und lassen und löschen das mal aus Protokoll, die Aktion gerade. Und fertig. Gut. Jetzt bleibt immer noch die mysteriöse Frage, where is my second trailer? Wo ist mein zweiter Anhänger? Wo ist mein zweiter Anhänger? Ich hab Videobeweise. Ich guck das nach. So 100% guck ich das nach. Ich will wissen, wo mein scheiß zweiter Anhänger ist. Nicht, dass ich den erstes einmal verkauft habe. Aber ich glaube, es scheint bald so. Egal. So, da wir noch nicht fertig sind mit 10, weil wir keine Knete mehr haben. So, da wir jetzt mal Geld haben. und Apropos aber auch 100%ig vorgesehen das muss es stehen der Schmau ist auch schon viel zu löschen der Meierdorf für uns ist Seorisch Begeben Da ist jetzt mal voll So Stellen wir einmal heran Läuft Ähm, hier, das sehen wir selber So Besser alle ist Zumindest Da haben wir noch ein bisschen was zu tun Dass wir den Port nicht so Sinnlos verbreiten Das wäre vielleicht auch mal Praktorisch So Haben wir Haben wir Helfer macht das Und jetzt wird mir aber hier nur ein Huhn angezeigt Komischerweise Wie viel haben wir Wir haben doch Haufen Hühner gekauft Äh Not the real Ernst Es wurde nicht mal mein Hühner gespeichert Oder was Wir haben doch Hä WTF Was ist hier los Wartet mal Wartet mal Wartet mal Äh Ich gucke jetzt mal vorsichtshalber Ob wir alles hier haben Ähm 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 Ja Okay Auf jeden Fall fehlt mir ein Anhänger So viel steht fest Ähm Ja Und ein Ladewagen Ach ne der ist hier Okay Mir fehlen Haufen Hühner und ein Ladewagen Äh und ein Anhänger Ja Lass mal So Können stehen Ach man Wo ist ja das Zeug hier Ich hab mir jetzt aber auch keine Lust Das Neues zu kaufen Hühner Haffentlich hab ich noch Schafe Äh Nicht der Ernst Das ist jetzt nicht dein Scheiß Ah man Sehr fix hier Wir haben Keine Tiere Ich bin mir zu 5 Millionen 300 Milliarden Prozent sicher Dass wir Schafe hatten Aber So sicher war ich mir noch nie Was ist hier los Kann mir das mal einer in den Kommentaren schreiben bitte Sonst kriege ich hier einen Heart Attack Ich hab Kein Plan Ich weiß nicht wo meine Tiere hin sind Wo mein Anhänger hin ist Ich hab Keinen Plan Ich weiß es nicht Keine Ahnung Ich würde es aber zu gerne wissen Weil mich das schon wieder Förmlich Ankotzt Außer richtig Ankotzt Dass mir hier ein Anhänger Und mindestens 50 Schafe fehlen Oder wie viele Schafe wir gekauft haben Hab ich keine Ahnung Wenigstens ist die Wolle noch gespeichert Das Gras ist leider nicht mal gespeichert Ähm Ich werde jetzt hier noch eine Feldstelle ausbessern Die wir hier so übrig gelassen haben Und dann gucke ich mal ob Bei meinem IMT Wenigstens da Grashaufen noch gespeichert Dann fangen wir am nächsten Port an Gras zu sehen Äh Gras zu mähen So Haben wir Dann an hier der Stelle So Haben wir auch Ich se Nicht Teil ernst Da muss ich mir was überlegen Was haben wir da jetzt mittlerweise reingesteckt Weil das ist ja auch Nicht so billig Wo ich sagen könnte Äh Ja Lassen wir mal Das ist immerhin Meine Schafe Ich weiß nicht wie viele Schafe wir hatten Aber ich werde bis zum nächsten Port mal gucken Wie viele wir damals gekauft haben Und wie viele Hühner wir gekauft haben Wir haben ja auch genug gekauft Um uns noch ein bisschen was dazu zu verdienen Aber ich bin mir nicht ganz sicher Was wir da hatten Und dann gucke ich mal Ob ich einen anderen Geldschiebaut Oder sowas reinkrieg Das war den genauer Betrag dort eingeben können Dass ich den wiederkrieg Weil ich Braucht das Geld Ich war ja schon so fortgeschritten Und jetzt ist das irgendwie gelöscht Und ich hab keine Kein Plan wie das ging Oder schon Ist dann ja einfach ein altes Safe Game Aber das haben wir auch nicht gekonnt So Gut Also hier das Zeug ist noch da Der Grashaf ist auch noch da Weil es komischerweise auch noch da Äh Hier ist auch noch ein Haufen Gras Drinnen Äh Hier ist nicht Gras drinnen Und hier laufen auch keine Schafe Warum geschweige denn Mähn ja ganz blöd Ähm Ja Meine Schuld war es nicht Lassen wir so stehen Es war definitiv nicht meine Schuld Weil Ich hab hier nichts gemacht Ich hab ganz normal gespeichert Ja Also ich kann So 100% garantiert Dass ich hier nichts gemacht hab Was irgendwie zu dem Fehler Hätte laufen können Da bin ich mit seiner Prozentscheidung Legt dafür meine Ne Ja gut Dafür lege ich meine Hand ins Wasser Äh ins Wasser In heißes Wasser Legt da meine Hand rein So Ich hab sogar Mara auf YouTube-Berweiser Überleg dich das ganz genau Bevor er was einprangert Der Spaß Als Entschädigung Dass es hier passiert ist möchte ich von dem Spiel noch 5000 Euro für den Kärschen haben Ich hab gleich auf den Betrag drauf Hab ich jetzt so festgelegt Oder brauchen wir noch eine andere schöne Maschine Naja Kärschen wäre schon schön Vielleicht gibt's ein schönes kleines Auto oder sowas Was mir hier Gut benutzen könnten Und das Um meine Entschädigung herzukriegen Ich muss definitiv eine Entschädigung haben, weil Ne Ich muss ja jetzt Mühe machen Und den Wert ausrechnen, den ich hier brauche Und das geht hier wieder rein zu Und so läuft der Hase nicht Ja So Der Hase da läuft nämlich anders Und der läuft nach meinen Regeln Und wenn ich das so bestimmt, dann bestimme ich das so So Das war schön, wenn man Geldschieden hat hätten Mit einem genaueren Betrag Wo ich direkt einen schönen Betrag eingeben könnte Geht glaube ich auch so 50 1000 Euros Come on not found Und Eht Guck mal durch Ne, findet er nicht Okay Ne, den kann er nicht Gut Ähm Ja genau, dann würde ich ganz gerne mal die Zeit vorspulen Das wird dann im nächsten Part anfangen können mit Ähm 10, äh mit Ernten hier Ja und dann würde ich das in dem Part hier noch alles vorbereiten Ich habe jetzt keine Lust noch jetzt schon Schluss zu machen Ähm Na Also Spule ich jetzt mal die Zeit vor mit extremem FPS-Influss So Ich lasse das erst mal auch holen wieder So Gut Dann gucken wir mal ab hier alles Wunderbar Aufgearbeitet wurde Da sieht man schon, ne teilweise noch nicht Teilweise ist es noch ein Wachstum Das ist immer noch ein Angebot Okay Ja dann verkaufen fix mal die Kartafeln Ähm Ähm Mit unserem einen Anhänger So Das werden wir noch was Schönes sehen Wie der Bahnhof Ja ist nicht all so weit entfernt Also das geht Ähm Ja dann kann man die Zeit Kann ich die Zeit offline wieder vorspulen Oder Haaren ist ganz anders Durchbereit Ja Oder Wenn wir da noch Zeit haben Kann man das hier auch Ruhig vorspulen Gut Jetzt machen wir mal Licht an Schönes Licht Ähm Und fahren wir hier unter den Unter das Förderband für Kartoffeln Da gucke ich mal Ist das das hier? Ne das ist Zuckerrüben Dann gucken wir uns Mal die Animation an Äh Händermachen 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 Wie das ja da rumläuft Genial Ah das sieht gut aus Die Animation Die gefällt mir Das ist ne schöne Animation Gut Der Anhängerausfall Und dann fahren wir runter zum Güterbahnhof Habe ich auch schon Plan wo der ist Auf jeden Fall Müssen wir ihn Jetzt Nach links rum Hier wäre natürlich auch der IMT schön Weil der extrem schnell ist Und auch stark Aber der ist Natürlich gerade Woanders Und da das hier auch mal Einer unserer schnellsten Traktoren ist Oder Ja Einer unserer schnellsten Auf dem Hof Derzeit Benutzen wir den hier Wir haben natürlich auch noch einen Mario Aber mit dem da das alles extrem lange Weil er nicht so viel FPS hat PS hat Und deswegen da das alles ein Stück länger Mit dem Mario Gut Jetzt gucken wir mal hier Ich schalte mal fix meinen LED Weihnachtsmann hier an Das habe ich natürlich vergessen Er darf natürlich auch dabei sein Ach ja Und dann Tugeln wir hier so ein bisschen über die Map Weit ist es auch nicht mehr Und dann fahren wir hier rum Rein So Selbst hier der Hintergrund ist beleuchtet Wenn man mal guckt Hier Ah das ist auch schön Genau Und da jetzt müssen wir mal gucken Welche Abfahrt wir nehmen Nehmen ich die hier Ich habe sogar vornehmlich Geblinkt Geblinkt Zug Nein Nein Gut Und wieder vornehmlich blinken Und dann fahren wir hier rein Und laden hier das Zeug Auf Den Zug Aber vorher gehen wir uns hier mal biegen Auf der Bretterpiste hier Aber was biegen wir denn überhaupt 16 Tonnen Immerhin Immerhin Und dann gucken wir mal Was wir an Lagergewicht wiegen Und dann gucken wir mal Ob hier auch eine Animation Wieder da ist Das war natürlich schön Ne leider nicht Da hätte ich mir vielleicht Noch so eine Animation gewünscht Wo man wirklich hier sieht Wie das hier auf das Förderband Befördert wird Und Wie der Zug dann los geht So Oder ja Wie das dann auf den Zug geladen wird Das war vielleicht noch ganz spannend gewesen Ist dort vorne eine Leucht Leuchtanzeige War ein Übergang geschlossen oder so Ne selbst das ist nicht Ist auch schade Ne gut Knut Da haben wir das für den Part ja auch geschafft Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen Also abonnieren, like und feedback Wer bitte nicht vergessen Konstruktive Kritik, Anregungen, Wünsche und Fragen Bei dem Kommentarbereich Und dann sehen wir uns dann Bis nächstes Mal wieder Also Leute Macht's gut Tschüss Schüss Die Untertitelung des ZDF, 2020